So Leute, ich komme leider jetzt erst dazu. Ich wollte mich auch mal ganz kurz zu dem Vorfall gestern mit Jens Lehmann äußern, beziehungsweise wollte kurz mal ein Statement dazu abgeben. Ich habe mit ihm telefoniert, heute schon zweimal und ich will hier offiziell nochmal sagen, ich nehme seine Entschuldigung an. Ich fand nicht gut, was er geschrieben hat. Ich fand auch die Formulierung nicht gut. Und ich finde das auch ein Stück weit respektlos, weil man sowas nicht schreibt, egal an wen die Nachricht adressiert war. Trotzdem würde ich sagen, dass jeder Mensch macht Fehler, das ist schon mal Nummer eins. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient und ich finde es auch nicht richtig, dass sich alle jetzt auf ihn stürzen. Ich habe ihm das abgenommen, dass es ihm leid tut und somit ist für mich dieses Thema erledigt. Auch alle Journalisten, ich werde dazu nichts mehr sagen und werde mich mit Sicherheit zeitnah mal mit ihm treffen und das Thema, wie zwei Männer das tun, dann hoffentlich auch aus dem Weg räumen. Vielen Dank. Vielen Dank.